Musik Ich weiß nicht, zu welcher Tageszeit Sie das Lied für den Tag oder das Wort für den Tag für gewöhnlich hören. Es ist vielleicht am Morgen schon, gleich nach dem Aufstehen oder im Lauf des Tages oder vielleicht auch erst am Abend. Wenn Sie es gerne am Abend hören, habe ich heute für Sie ein Abendlied und es passt damit besonders gut in Ihre Situation. Aber auch sonst ist es schön zu hören, das Lied der lieben Sonne, Licht und Pracht hat nun den Tag vollführt von Johann Sebastian Bach. Musik 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 Musik